So Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxTV und in dem heutigen Video geht es um das brandneue Ghost Canyon NUC. Ja, das läuft unter der Intel NUC 9 Extreme Serie und ob es den PC-Markt verändern wird und vor allem, ob ihr euch dieses Teil kaufen solltet. Ich versichere euch, es mag zwar klein sein, aber der Preis ist unverschämt hoch. Jeder, der mein Video zum Intel NUC Hades Canyon kennt, weiß, dass ich eigentlich sehr, sehr gerne das Konzept des Intel NUC mag und das Hades Canyon hatte wirklich was. Es war die erste Intel CPU mit integrierter AMD Vega Grafik, die mehr oder weniger unter der GTX 1060 performt hat. Aber das alles in einem Formfaktor, ja, das war ein kleines Buch, wirklich sehr schmal, sehr kompakt. Nur habe ich mir auch da schon die Frage gestellt gehabt, es gibt doch bereits Laptops, ja, ihr habt dort zusätzlich einen Monitor dran und die mobile CPU als auch mobile Grafiklösungen standen dem System jetzt nicht sonderlich nach. Und das Intel NUC Hades Canyon in der damaligen Ausstattung lag bei mindestens, ja, so 800 Euro in der Grundausführung. Wenn man dann noch den Arbeitsspeicher, die SSD, also den Festplattenspeicher da zurechnet, dann lag man da in der Regel über 1000 Euro. Für 1000 Euro einen kompakten Desktop zu haben, der, ja, relativ laut ist, muss man sich eingestehen, denn umso kompakter das NUC, umso weniger Platz ist dort für die Kühllösung vorhanden. Und, äh, genauso ist es auch in dem Ghost Canyon, auf das wir gleich eingehen werden. Das, was ich mich eben damals schon gefragt habe, ist, warum nicht einen Laptop? Ja, wer kommt auf die Idee, so ein Konzept zu holen, äh, indem ihr im NUC einfach auf, äh, einen fest verbauten Prozessor, in der Regel kaum Aufrüstbarkeitsmöglichkeiten eben angewiesen seid. Und dann in einem halben Jahr einen Desktop habt, mit dem ihr, ja, all die negativen Punkte eines Laptops habt, ohne einen integrierten Monitor zu haben, Tastatur, Mousepads und die Flexibilität eben unterwegs arbeiten zu können. Und es hat sich natürlich hier beim Ghost Canyon nicht geändert. Ähm, das muss man sich auf jeden Fall vor Augen führen, aber das Intel NUC 9 Extreme Ghost Canyon ist tatsächlich mehr zu einem Desktop geworden, als ihr euch vielleicht jetzt vorstellen könnt. Denn wir setzen jetzt hier auf so ein, äh, integriertes PCI-E-Slot-Modul, das in ein Daughterboard reingesteckt wird, was zusätzlich noch einen weiteren PCI-E-Expansion-Slot bietet. Und was bedeutet das, ja, auf diesem Modul, ja, habt ihr erstens eure I.O.-Anschlüsse, was ich enorm gut durchdacht von, äh, Intel finde. Sprich, ihr habt theoretisch einen Slottable Motherboard, auf dem jeweils, äh, die CPU schon integriert ist. Und was für Möglichkeiten habt ihr? Ihr habt die Möglichkeit, entweder einen i9-9980H-Card zu verwenden. Also es ist eine mobile CPU, ähm, der entsprechend mit acht Kernen daherkommt. Und ich habe diesen Chip bereits auf meinem Kanal relativ gut getestet und vorgestellt in meinem Dell XPS, ja. Ihr seht, es kommt ursprünglich eben aus dem Laptop-Bereich. Und da habe ich eben gezeigt, dass wenn man die Wärmeleitpaste auswechselt, zusätzlich eben noch, ähm, ja, das ganze undervoltet, man hier wirklich einen enorm leistungsstarken Chip bekommt, der den meisten Desktop-CPUs in fast nichts nachsteht. Und in so einer Lösung, ja, die eben ein zwar sehr kompakter, aber nichtsdestotrotz Desktop ist, habt ihr natürlich ein größeres Kühlerpotenzial als jetzt in einem mobilen Laptop. Sprich, die Limitierung, ja, durch das Netzteil und durch die, ähm, Wärmeentwicklung eines Laptops habt ihr im Ghost Canyon nicht. Und der i9-9980HK ist erstens eine K-CPU, also, ähm, komplett freigeschaltet und zum Übertakten freigegeben von Intel. Wenn all die Limitierungen der CPU nicht mehr im Weg sind, steht dieser Achtkerner einem i9-9900K in nichts nach. Es ist ein Achtkerner, es ist dieselbe Architektur und die mobilen Chips werden zusätzlich noch deutlich besser gebindt, dass sie eben mit diesen 65 Watt TDP, die sie eben, ähm, ja, als Leistungsaufnahme im Peak sozusagen verbrauchen können. Dementsprechend lässt sich da auch beim Übertakten ordentlich was rausholen, nur will ich noch einmal vorwegnehmen, die Kühllösung des Ghost Canyons ist nicht überragend, was die CPU angeht. Dadurch, dass es eben, äh, ja, eine Komplex-Custom-Lösung ist, wird sich das auch nicht ändern. Also, da kann man jetzt keinen eigenen Kühler nachrüsten. Flüssigmetall wäre an der Stelle möglich, sogar sehr empfehlenswert, denn genauso wie bei den anderen mobilen CPUs haben wir eben schon einen freien Dye, sprich, ähm, die Oberfläche der CPU ist, äh, bereits ohne Heat-Spreader ausgestattet und lässt sich damit eh besser kühlen. So, was macht dieses System jetzt aber zu einem Desktop? Es ist einfach ein Desktop-Gehäuse mit etwa 5 Liter Größe, einem Flex-Netzteil, ein Flex-Netzteil, was ist das genau? Dazu habe ich ein Video gemacht, und zwar zu dem derzeit besten Flex-ATX-Netzteil, das Enhance ENP7660, ist ein Platinum-Netzteil mit 600 Watt und das Ganze ist kleiner als ein SFX-Netzteil. Und dieses Netzteil gibt es, äh, übrigens auch so zu kaufen, aber ich packe auf jeden Fall in die Infobox einen Link mit rein, wo ihr das Enhance-Netzteil in schwarzer, limitierter Ausführung kaufen könnt, wenn ihr ein kompaktes FFF-Projekt auf die Beine stellen wollt, also im Small-Form-Factor, sagen wir jetzt in dem Velka-Case oder dem Custom-Mod FX 4,7-Liter-Gehäuse. Ja, dieses Gehäuse habe ich bereits auf dem Kanal vorgestellt und eine 4,7-Liter-Desktop-Lösung auf die Beine gestellt mit einem i7-8700K und einer RTX 2070, ja. Das war ein wirklich enorm kompaktes und leistungsstarkes Gaming-System. Es ist eben mit dem Velka-Case wirklich eines der kleinsten Gehäuse, die es so auf dem Markt gibt und mit dem Flex-ATX-Netzteil macht es sich einfach eine Nische zu nutzen, die das Ganze noch kompakter ermöglicht als die ganzen anderen SFF-Kandidaten. Und dieses Gehäuse, ja, hat eben die Möglichkeit in 4,7-Litern, ja, ähm, Project Blackbox hieß das übrigens auf dem Kanal, zeigt uns jetzt schon an der Stelle, macht das Intel Ghost Canyon NUC überhaupt Sinn? Denn es ist erstens größer, lauter, denn ich versichere euch, die Lösung, die ich hier in diesem System verbaut habe, ja, die Videos dazu findet ihr alle in der Infobox, ich werde euch hier Schritt für Schritt nochmal einen kleinen Überblick geben, ähm, die Kühllösung ist deutlich besser, wir haben eben ein 600-Watt-Netzteil, in dem Intel NUC ist eben ein 500-Watt-Netzteil verbaut, sprich, ihr habt dort deutlich weniger Spielraum, ist natürlich mit einer mobilen CPU nicht, ähm, ansatzweise ein Problem, aber die GPU, die GPU ist das, was das Ghost Canyon hier an der Stelle auszeichnet, denn ihr habt nicht nur die Möglichkeit, diese, äh, Module-Einheit, ja, mit der CPU in das System zu slotten, nein, ihr könnt auch eine Full-Size-Desktop-GPU verbauen, und das finde ich sehr, sehr interessant. Es wird übrigens Gehäuse-Typen geben, die nicht nur auf diese 5 Liter von Intel beschränkt sind, von Razer und Cooler Master gibt es bereits Designs, die bereits Full-Size-Desktop-GPUs unterbringen lassen können, und dementsprechend ist dieses System einfach sehr, sehr simpel, ja, ihr nehmt einfach dieses, ihr nehmt einfach dieses Modul, steckt es rein, nehmt eure Grafikkarte, steckt es rein, und müsst lediglich die Stromkabel dran anschließen, und dann ist das PC-System fertig, sprich, ihr, sprich, es ist ein wirklich komfortables und kompaktes System, das in meinen Augen aber deutlich besser geht, ja, und wenn man sich mit der Materie ein bisschen auseinandersetzt, dann kann man einen Haufen Geld sparen, denn zum Preis kommen wir gleich, und in das von Intel verkaufte Ghost Canyon passt eben maximal eine Asus RTX 2070 Mini, diese Karte ist mit 20 Zentimetern das Größte, was dort reinpasst, und, äh, ja, liegt bei etwa 450 Euro, ja, so, das ist schon mal eine Stange Geld, für Arbeitsspeicher, Festplatte und Grafikkarte, haben wir dort mindestens noch 150 Euro, dann seid ihr da bei 600 Euro, die ihr in die Hand nehmen müsst, um dieses System aufzurüsten und in Betrieb zu nehmen, ja, 600 Euro. Was kostet das Ghost Canyon jetzt? Ja, wir fangen an bei dem i3-Modell. Es gibt tatsächlich einen mobilen i3, der dort drin verbaut ist, was in meinen Augen komplett daneben ist, ja, ist ein Vierkerner und komplett, äh, ja, ein verschwendetes Potenzial in meinen Augen. Nichtsdestotrotz liegt diese Grundausführung bei über 900 Euro. So, das heißt, ihr würdet jetzt bei 1500 Euro für das i3-Modell liegen. Das ist viel zu viel, Leute. Viel, viel zu viel. Und was kostet das Modell mit dem i7 9750H? Das ist ein mobiler Sechskerner, den ich, äh, ebenfalls auf dem Kanal in einem Laptop vorgestellt habe. Definitiv eine gute und leistungsstarke CPU, vor allem, äh, im Ghost Canyon. Nicht so stark den Limitierungen ausgesetzt, sprich, die CPU läuft kühler und schneller. Für diese Ausstattung zahlt ihr knapp 1100 Euro. Ja, plus die 600 Euro, seid ihr bei 1700 Euro für einen Sechskerner und eine RTX 2070. Jetzt kommen wir zum witzigsten Teil, dem i9-9980HK. Der Achtkerner, 16 Threads. Wie teuer ist diese Ausführung? Knapp 1500 Euro, ja. Als ich das gesehen habe, ja, das heißt, ihr seid bei über 2000 Euro, ja, über 2100 Euro, um dieses System auf die Beine zu stellen mit einem Achtkerner. Ja, und wer mein Video zu dem i9-9980HK gesehen hat und gesehen hat, was passiert, wenn man diese CPU entsprechend von seinen Temperaturlimits etwas befreit, dann seht ihr, dass die CPU mit 8 Kernen, 16 Threads, sehr, sehr ähnlich performt, wie ein Desktop-6-Kerner mit 12 Threads und entsprechend 5 GHz Overclock oder ein Ryzen 3600 mit 4,1 GHz Overclock. Ich habe das damals mit dem Cinebench-Score verglichen. Der i9-9980HK hatte auf jeden Fall über 1600 Punkte im CPU erreicht, was genauso auch bei meinem i7-8700K mit 5 GHz Overclock der Fall war, als auch bei dem Ryzen 3600 mit entsprechend 4,1 GHz, 4,2 GHz Overclock. Ja, und wenn man dieses 2100-Euro-System mit dem i9 vergleicht, dann seht ihr, dass meine Konfiguration mit dem i7-8700K mit einer ebenfalls RTX 2070, ebenfalls 16 GB Arbeitsspeicher, ich glaube, in dem System war sogar eine 1 TB Festplatte, ein besseres Netzteil, ein kleineres Gehäuse, eine deutlich bessere Kühllösung und trotzdem unter 1500 Euro war dieses System hier. Lässt sich von der CPU und Mainboard ohne Probleme aufrüsten. Ich empfehle euch dieses Video hier auf jeden Fall. Ja, lohnt sich der 4,7 Liter Mini-PC für 1500 Euro. Man zahlt auch hier auf jeden Fall einen etwas höheren Preis für den Formfaktor. Aber das hier ist das kleinstmögliche System mit einer Desktop-CPU, das enorm leise war, das enorm performant war und mit einem 5 GHz Overclock ohne Probleme betrieben wurde. Project Blackbox, ich bin super stolz auf dieses System gewesen. Das war ein sehr, sehr geniales Projekt. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und wie bereits gesagt, der i7-8700K 5 GHz im Overclock waren durch den Alpenfön Blackridge mit dem 120 mm Lüfter und VLP Arbeitsspeicher möglich. Was VLP Arbeitsspeicher ist, zeige ich ebenfalls in einem meiner Videos. Das Ganze ist Arbeitsspeicher von Kingston gewesen, der dieses geniale Setup überhaupt erst möglich gemacht hat. Wie bereits gesagt, dieses System von mir hat damals schon theoretisch das getan, was eben das Ghost Canyon jetzt versucht, mit einem Flex-Netzteil entsprechend den Formfaktor noch mal kompakter zu machen. Aber wie bereits gesagt, ihr seid hier einfach nicht auf so ein proprietäres Konzept angewiesen, das in den besten Fällen ja vielleicht nächstes und übernächstes Jahr noch unterstützt wird. Aber ihr müsst euch einfach vor Augen führen. Wenn Intel sich dazu entscheiden sollte, diese Slot-In-Module nicht mehr zu produzieren, was für eine Möglichkeit habt ihr dann, das Ganze aufzurüsten? Gar keine. Und ich habe eine 6,3 Liter Gehäuselösung euch auch vorgestellt gehabt, wo entsprechend ein größerer CPU-Lüfter untergebracht werden kann. Wieder ein Custom-Mod-Gehäuse. Und habe auch entsprechend hier nicht mit Intel gearbeitet, wie bei dem anderen System, sondern mit Ryzen. Entsprechend habe ich für euch zwei Systemkonfigurationen zusammengestellt. Einmal mit Intel und einmal mit AMD-Komponenten, die ich euch empfehlen würde. Es gibt vom Gigabyte MSI entsprechende ITX-Karten von NVIDIA, also sei es jetzt eine RTX 2060 und 2070. Diese Karten gibt es in unter 18 Zentimetern. Aber auch von PowerColor kommen eben RX 5600 und 5700 ITX-Karten auf den Markt, die entsprechend in diesen Formfaktor passen würden. Entsprechend ist es euch vollkommen offen gelassen, ob ihr eine Intel oder AMD-CPU verwendet oder von der Grafiklösung eben auf NVIDIA oder AMD setzt. Das ist euch komplett offen gestellt. Es gibt von jedem Hersteller entsprechende Komponenten, die in einem der beiden Formfaktoren untergebracht werden könnten. Entsprechend empfehle ich euch einfach meine Videos dazu anzuschauen und die Finger von dem Ghost Canyon Nug wegzulassen. Denn es ist ein schönes Konzept und ich bin froh zu sehen, dass Intel in dem Formfaktor hier so ein Konzept auf die Beine gestellt hat. Aber es ist einfach viel zu teuer. Es ist ein schönes Konzept und ich bin definitiv begeistert, dieses System zu sehen. Aber ich bin der Meinung, dass ich hier noch ein bisschen mehr tun muss und vor allem zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Intel CPU der 9. Generation zu setzen, wenn bereits die 10. Generation im Anmarsch ist und im mobilen Segment eh schon eingeschlagen ist, dann sind das zusätzlich noch veraltete CPUs. Das heißt, es gibt vielleicht in wenigen Monaten bereits das nächste Intel Modul, das man dann dort verbauen kann oder nie wieder. Das war es soweit. Ich wollte das Thema auf jeden Fall auf dem Kanal behandelt haben. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu sehr in x verschiedene Richtungen abgedriftet, aber wie bereits gesagt, ich werde in die Kommentare und in die Infobox erstens die Videos als auch die Hardware-Konfigurationen mit Links zu den einzelnen Komponenten zeigen. Und von daher ist es euch auf jeden Fall ohne weiteres möglich, diese Systeme hier nachzubauen. Und damit war es das soweit. Ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness. That's you see on GaxTV. Bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen. Bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen. Bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen.